Hallo Leute, heute schauen wir uns mal den Mars 3 Nebula von der Marke Anker ein bisschen genauer an, der in diesen großen Karton kommt. Packen wir das Ganze erstmal aus. Ja, das Ganze einmal ausgepackt sehen wir hier den sehr handlichen Mars 3. Wir haben eine Fernbedienung dabei, natürlich ein Quickstart Guide, der uns die wichtigsten Funktionen etwas näher bringt und hier noch ein passendes Netzteil, mit dem man den Beamer einmal aufladen sollte. Nachher lässt er sich wunderbar mit Akku betreiben. Schauen wir uns aber die Spezifikationen dieses Projektors mal ein bisschen genauer an. Der Mars 3 als portabler Outdoor-Projektor weiß hier wirklich zu überzeugen, sein robustes Gehäuse ist nach IPX zertifiziert, IPX3 wasserresistent und eben tatsächlich auch staubfest. Hier vorne gibt es ein Lens-Cover, welches die Linse dann gegen Witterungseinflüsse schützt. Wunderbar überzeugt natürlich auch das rote Licht. Wir haben am Rand hier Stereo-Sound-Lautsprecher, die natürlich auch Dolby simulieren können und das Ganze klingt auf Nähe auch richtig gut mit 40 Watt, sehr laut und auch klar. Da drin ist eine Batterie. Das ganze Ding strahlt mit immerhin 1000 Anti-Lumen und auf der Rückseite haben wir zudem ein schönes Campinglicht, das in verschiedenen Helligkeitsstufen leuchten kann, was eben zu später Stunde nachts dann wirklich überzeugt. Unter dieser Schutzabdeckung, wir sehen es, haben wir natürlich nochmal den Taster. Wir schalten das Licht mal eben aus, wir sehen einen klassischen HDMI-Port, ein USB-A, ein USB-C und den DC-In, um das Gerät dann entsprechend aufladen zu können. All diese Anschlüsse ebenfalls gut geschützt unter dieser Gummierung. Der Mars 3 verfügt im Vergleich zu den anderen Projektoren der Marke Anker über einen ausklappbaren Standfuß, womit man ihn in den richtigen Winkel bringen kann. Hier oben haben wir ein Bedienfeld, damit kann der Projektor auch in den Widrigmodus gebracht werden und fungiert dann als Box für ein Smartphone oder ähnliches Gerät. Wir haben hier eine Plus und Minus, sowie die klassische Zurück-Taste und eben auch einen Joystick, mit dem ich hier eine virtuelle Maus führen kann oder eben haptisch durch die Menüs navigiere. Auf der Rückseite sehen wir den restlichen Akkuladestand, welcher eben durch fünf Kreissegmente angezeigt wird und mit dem Mode können wir hier die Lichtbedingungen des Projektors umschalten. Es gibt immerhin drei, vier Helligkeits-Modi, einer davon intelligent gesteuert. Normalerweise schafft der Projektor locker einen Spielfilm. Bei schwächster Helligkeitseinstellungen kann er sogar fünf Stunden in den Dauerbetrieb gehen. Einmal aufgebaut kann der Nebula Mars 3 mit seiner 185 Wattstunden Batterie nachts wirklich, wirklich viel Filmspaß an eine Leinwand projizieren, Damit man sich das Ganze jetzt mal ein bisschen besser vorstellen kann, habe ich hier in einem Zeitraffer-Video Ice Age kurz zusammengefasst und wir sehen, von 8 Uhr bis eben 10 Uhr wird das Bild dann richtig gestochen scharf, wenn es dunkel wird. Ja, es gibt hier ein kleines Sommergewitter, aber es ist überhaupt nicht schlimm, denn der Projektor muss nach wie viel Zeit reingeschüttet also erstmal die Leinwand abbauen. Ohne störendes Umgebungslicht hat der Projektor natürlich ein gestochen scharfes Bild und überzeugt auch durch seine Helligkeit. So kann man Filme genießen. Ja, der Mars 3 weiß mit seinem kompakten Design absolut zu überzeugen und ist eine konsequente Fortführung der Marke Anker. Hier einen Outdoor-Projektor auf den Markt zu werfen, der mit immerhin 1000 Anzen-Lumen auch wirklich, wirklich ordentlich strahlen kann, allerdings nur, wenn es in ihm herum wirklich dunkel ist. Wer einen Portabend-Projektor auch für den Innenbereich sucht, der eben hier mit bis zu fünf Stunden Videozeit dann wirklich strahlen kann, ohne ans Netz zu müssen, findet mit diesem Gerät absolut das Richtige. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Klickt wieder rein. Auf Wiederschauen.